Eine höllisch schlecht beleuchtete Cam und eine wahnsinnig strubbelige Frisur. Ich setz mal meine Kopfhörer auf. Eine schlimmere Frisur. Ah! Hilfe! Ich ersticke in Haaren. Ich werde morgen zum Friseur gehen. Keine Angst. Ähm, aber ich wollte mal was neues machen. Ich wollte mal was neues machen. Ich wollte sympathisch gezockt mal mit Facecam ankündigen. Einfach, weil ich es kann. Ähm, ja, das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich das tue. Ja, ihr seht's. Also, keine Sorge für die Leute, die meine langen Haare mögen. Ähm, die bleiben lang. Nur, ähm, das ist zu lang. Das ist viel zu lang. Das mache ich eigentlich hier im Internet. Das ist nicht so gut. Ich kann mich nie wieder draußen blicken lassen. Egal. Ihr seid's mir wert. Ähm, ihr wisst ja, dass jeden Freitag... Ich sollte mal in die Cam gucken. Ich sollte nicht auf Bubble Stream gucken, der nebenher läuft. Ähm, ich sollte in die Facecam gucken. Ah, so viele Menschen. Ja, ab, ähm, Freitag um... Jetzt lüge ich, wenn ich euch sagen, in der Uhrzeit sage, weil wir noch keine ausgemacht haben. Normalerweise 19 Uhr. Könnte später sein. Könnte früher sein. Gibt es sympathisch gezockt. Mit Daiko und mir. Ähm, es wird auch unter der Woche ab und zu wohl jetzt gestreamt. Oder auch am Wochenende öfters mal gestreamt. Ich möchte euch deswegen wieder mal ganz dringend ans Herz legen. Ähm, ihr seht, hier eingeblendet. Das war nicht so klug, so zu machen. Aber hier. Da seht ihr jetzt. Eingeblendet. Alter, jetzt stoße ich auch noch gegen mein Mikrofon. Twitter. Ähm, Twitter ist eine superschöne Plattform. Könnt ihr euch anmelden, wenn ihr noch nicht seid. Und auf Twitter könnt ihr vor allen Dingen, ähm, ja, dabei sein. Also, ihr werdet dann immer richtig schnell mitkriegen, wenn wir streamen. Auf Twitter wird es immer alle Informationen am aktuellsten geben. Von dem her... Folgen? Entweder mich oder Taiko. Ich verlinke mal beide unten in die Videobeschreibung. Ähm, ja, was gibt's noch? Steam-Gruppe. Es gibt eine sympathisch gezockte Steam-Gruppe. Ich verlinke die auch mal unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr folgen. Da gibt's dann Steam-Events, wenn der Stream startet. Und wie könnt ihr denn noch mitkriegen? Ich werde versuchen, Videos hochzuladen. Ich werde versuchen, Videos hochzuladen. Ich schaue immer in diese Richtung. Ich sollte meinen Open Broadcaster einfach schieben. Moment. Da. Jetzt schaue ich. Jetzt habe ich meinen Open Broadcaster ganz schön groß gemacht. Das ist eigentlich eine geile Idee, so zu machen. Ich bin ein Genie. Ich finde in Videoaufnahmen Dinge raus. Ja. Die natürlichsten Latsplays auf Youtube. Stop shooting. 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 Ich hase dich, Fussel. Ich hase dich. Hör auf, irgendwas zu spammen. Also, wie gesagt. Stream, ähm, 19 Uhr Freitag. Wahrscheinlich. Ähm, komm vorbei. Äh, ich würde mich freuen. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin. Mein Name ist leid. Aber... Ich sollte vielleicht nicht so winken. Das ist ein bisschen schwul, ne? Tschüssi. Ich kann das Bock zeigen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ach, übrigens, das Licht dahinten wird irgendwann geändert. Keine Sorge, das Flackern ist nicht normal. Mist. Ich werde jetzt durchsägen.